WDR Zeitzeichen Stichtag heute 15. Mai 1964 Das erste Festival auf Burg Waldeck beginnt. Ich singe nicht für euch, ihr, die ja eure Riemen enger schnallt, wenn es um Höheres geht. Da habe ich damals auch zum ersten Mal Degenhard gehört, das hat mich total umgehauen. Reinhard May hat da gespielt vor 30 Leuten zusammen mit Hannes Wader. Eigentlich war es so ein bisschen ein deutsches Woodstock, wenn man so will. Eine schöne, freie Welt, die sich dort im Kleinen abspielt für ein paar Tage vor. Und da krassierte ja das Wort Gammler. Rein marchin' anymore. Wir haben selten so viele Klampfen gesehen wie hier. Das erste Festival auf Burg Waldeck, das bedeutete für uns die Realisierung eines Traumes. Ja, das war ein Volkslied Und wenn's euch beliebt, grab doch eins aus und dann wird geübt. Ja, la, 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 la. Burg Waldeck, weit hinten im Hunsrück, rund 50 Kilometer südwestlich von Koblenz. Vor uns ist das tiefe Bilachtal und auf der anderen Seite ist diese Bastion, die etwas erinnerte an Machu Picchu. Hein und Oss Koröer. Das ist ein ungeheuer schönes Bild. Wenn man da steht, sieht da drüben diese verzauberte Burg liegen. Da, wo der Hunsrück seine tiefsten Täler und seine grünsten Wälder hat, treffen sich doch sehr zeitbetonte Liedgutpfleger. Hunsrücker Zeitung, 1964. Jeder, der dorthin kam, hat erstmal die Burg gesucht. Hannes Wader. Burg Waldeck, wo ist denn die Burg? Es gab keine. Es gibt ja noch Reste von einer Ruine. Aber trotzdem hat dieses Gelände eine Art von, ja, von Magic. Es übt eine Magie aus, tatsächlich. Sie fingen ja an, diese Festivals in der finsteren Zeit der Adenauer-Regentschaft, nicht? Franz Josef Degenhardt. Wo wir alle furchterlich litten unter diesem Mief, unter diesem Kleinbürgertum. Nein, dieser Raubvogel ist nicht mein Wappen, die klauen der arischen Gier. Die Fahnen-Sutane, die alten Attrappen, die stinken nach Dummheit und Bier. Walter Mossmann. Bleibt mir vom Hals mit der Verwandtschaft, Obrigkeiten aus drei Reichen. Mit der romantischen Urväterlandschaft, mit diesen vermoderten Eichen. Die Lieder der 50er Jahre waren doch überwiegend Schlager billigster Sorte. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein, Mariantl, Landl, Landl, am Wörthersee und weiß Gott was. Dann hängt das einem ja zum Hals raus und man sagt, ja, ist das denn alles? Ich hatte auch immer so das Gefühl. Lothar Lechleiter von Schobert und Bleck. Die Leute, die schämten sich, Deutsch zu singen, weil es keine vernünftigen Texte gab damals. Tod sind unsere Lieder, unsere alten Lieder. Ja, mit dem deutschen Volkslied, es ist schwierig, nicht? Das Dritte Reich hat es sehr stark für seine ideologischen Zwecke eingespannt. Dieter Tkerbs, Begrüßungsrede 1964. Alles dies macht, glaube ich, das Volkslied für die moderne deutsche Jugend etwas schwierig, um nicht zu sagen, etwas verdächtig. Lehrer haben sie zerbissen, kurz behoste sie verklampft, braune Horden totgeschrien, Stiefel in den Dreck gestampft. Die Burg Waldeck hat sich nach dem Krieg unter den Wandervögen, unter der bündischen Jugend rumgesprochen, als der kulturelle, schöpferische Platz, wo man in Adenauer Deutschland nicht nur Vigottoriani hört. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie eilen vorbei, wie nächtliche Schatten. Ein sehr deutsches, romantisches Prinzip, nämlich der Weltabgewandtheit, der Naturzugewandtheit, wie es in der bündischen Tradition verankert ist, das traf auf der Waldeck zusammen mit den neuen internationalen politischen und kulturellen Einflüssen, mit der Weltpolitisierung der studentischen Jugend, der Intellektuellen. Wir haben uns gefragt, warum wir eigentlich in Deutschland keinen Georges Brassens, keinen Yves Montand, warum wir in unseren Breiten keinen Burl Ives und keinen John Batts haben. Dilton spielt eine große Rolle, für mich auch eine große Rolle. Dann kam der Vietnamkrieg, der von immer mehr Menschen, besonders von Jugendlichen in aller Welt, als ungerecht empfunden wurde. Wir waren sehr stark konservativ geprägt, auch vom Elternhaus her. Hans-Dietrich, Bömmes, Moor. Und plötzlich hörten wir hier Töne, die für uns neu und unbekannt waren. Eine unheimliche Faszination. Wir waren darauf nicht vorbereitet. Das hat uns auch gewissermaßen überrollt. Eine Welle der Begeisterung für keckes Singen hat die jungen Leute in der Bundesrepublik erfasst. FAZ 1966 Längst sind es nicht mehr nur Einzelne, die da ihre amerikanischen Götter anbeten. Mögen sie Bob Dylan heißen oder Joan Bias. Ja, es gibt wieder eine Generation und sie hat manche Ähnlichkeit mit vorangegangenen großen Generationen der Romantik oder des Expressionismus. Beunruhigend aber ist, diese Generation sucht den Protest. Oh, Schornstein Schlot, Zeigefinger des Wohlstands, du rauchst nicht knapp. Oh, Toten des Reichtums, Schlot, brich nicht ab. Brechest du ab, du hohe Esse. Verliere Vater seine Mitresse, züge der Butler eine Fresse. Würde die Firma exkommuniziert auf der heiligen Frankfurter Messe. Ich habe gesagt, dass die 68er Bewegung nicht aus dem Vakuum entstanden ist. Das heißt, dass die Sensibilität der Künstler vorher schon gespürt hat, dass sich etwas regt in den westlichen Industrienationen. Feuer, Vorsicht, man legt Feuer. Fazia Janssen Das war natürlich immer eine heiße Diskussion. Was können Lieder bewirken? Inwieweit können sie verändern? Inwieweit können sie beeinflussen? Wir beginnen heute Morgen mit dem ersten Vortrag in der Gesamtthemenreihe, das gesellschaftspolitische Lieder. Die Frage ist, wie können sich Lieder im Inhalt und in ihrer Verbindung mit gesellschaftlichen politischen Aktionen davor schützen, auf diese Weise integriert zu werden. Ich singe nicht für euch, ihr vollgestopften Allesfresser mit der Tischfeuerzeugkultur, die ihr grinst, wenn ihr an damals denkt, wie über einen Herrenwitz. Und nicht für euch, ihr, die nur lebt, weil ihr zu viel und anderswo zu wenig Brot herumliegt. Nein, für euch nicht. All die freundlichen Gesichter und es war gut, ein Lächeln zu sehen. Wie Freunde, wie Komplizen waren wir. Ich hatte meinen Weg gefunden, sie gaben mir Mut hinzugehen. Und mir und meinen Liedern ein Quartier. Als keiner an mich glaubte, außer ihnen und mir. Mit den Medien, Fernsehen, Funk, Presse, kam natürlich auch das Interesse der Plattencompanies. Plötzlich wimmelt es da von Feldplattenproduzenten. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Klar, ich habe dann gesagt, ich mache das zu meinem Beruf. Entweder ich komme damit klar oder ich verreck, ist mir egal, ich mache das. Die Bauern der kleinen Gemeinde Dorweiler sind an Düsenlärm und manövrierende Amerikaner gewöhnt. Jetzt haben sie noch Gesang und Gitarrenmusik zu verkraften. Nun kamen die Ersten mit langen Haaren. Und man war da ein bisschen skeptisch, was kommt da auf einen zu. Frau Neumann aus dem Nachbarort Dorweiler. Und da klassierte ja das Wort Gammler. Von der Bevölkerung des Umfeldes hier im Hunsrück wurde das eigentlich mit sehr viel, ja ich würde sagen Toleranz ertragen, was sich hier abspielte. Man wurde bekannt eben auch mit Künstlern, ja, wie der Reinhard May. Der Hüsch war hier und die Leute haben sie gekannt. Und ich würde auch sagen, es hat auch was gebracht. Sie könnten sich auch mal die Haare schneiden lassen. Sie haben wohl wieder ihre Trotzphase. Ich kann Ihnen ja nichts sagen, das ist ja diese Demokratie, das ist ja dieser amerikanische Einfluss. Ich meine nicht, dass wir ständig mit Blumen im Haar rumliefen, aber diese lyrische Freiheit, die über allem lag und die Großzügigkeit, die wir alle ausstrahlten plötzlich, die hat dem Ganzen einen ungeheuren Charme verliehen. Die politische Kultur dieser Zeit hat natürlich auch eine Subkultur mit sich gebracht, die auch aus Amerika kam, die Hippie-Kultur. Das Dorf, ein rein katholisches Dorf, und da hat man das doch schon ein bisschen als ungeziemend empfunden, dass da unten sich wer weiß, was, und auch die Fantasie hat denn auch da mitgespielt. Workshop 3b. Wie kommt es, dass zum Beispiel die Onanie und der Orgasmus nicht nur verbal, sondern auch in der Tat ganz erheblichen Verklemmungen unterzogen wird und dass selbst der Linken, der Koitus und diese ganzen Probleme keinesfalls geeinigt sind. Und dann ist das da ziemlich aus dem Ruder gelaufen bei den letzten beiden Festivals. Zwischen Töne sind bloß Krampf im Klassenkampf. Das Wort Arbeiterklasse tauchte jetzt oft auf, ohne dass jemand wusste, was das war. Es gab ja keinen Arbeiter dort. Warum arbeiterstudenten bindet schneller zueinander, eure Mehrheit wird gebraucht in dieser Zeit. Es ist eure Zukunft, die gestaltet wird, wenn ihr nur einig, einig eine starke Klasse seid. Ich frage nochmal, wer hat denn mal vom Betrieb gesungen? Die Antwort darauf hält mir schwer. Und 1968 war es so, dass ich mit einem neuen Programm kam und auf einmal fing man an zu buhen und zu pfeifen und aufhören, wir wollen diskutieren. Wenn sie nicht zuhören würden oder können, hätte man vielleicht doch eine Tombola machen sollen. Nicht wahr? Aber, da wollen wir aufhören und was wollen wir machen? Wollen wir Diskussionen machen? Ja, Diskussionen! Das ging so weit, dass man gegen manche Kollegen so richtige Tribunale erstellte. Zum Beispiel der Holschwender, der hat ein Tribunal eröffnet gegen Hüsch. Sag einmal, Hans-Dieter Hüsch, wie fasst du deine Aufgabe auf? Ich habe auch gehört, dass sie link sein sollen, aber da scheint es sich ohnehin um ein populäres Vorurteil zu handeln. Denn so gesehen... Das Ende der Walldeck war sicher nicht aufzuhalten. Die Zersplitterung aller Gruppen, der anti-autoritären Bewegung, der Studentenbewegung, das hat sich damals schon auf der Walldeck so abgezeichnet. Dieses Geschwätz von der Freiheit des Einzelnen. Ho, ho, abdruckslos! Ho, ho, abdruckslos! Ich habe damals ein Lied gemacht, das hieß Liedermacher, auch als Reaktion auf die Diskussion auf der Walldeck. Jakob und Emmi sind jetzt mit ihren Liedern wieder engagierter geworden. Ich sehe die kulturhistorische Funktion der Walldeck-Festival so. Und bekommen dafür demnächst, den erkenne ich doch selbst mal Orden. Dass nach diesen sechs Jahren die Sache gelaufen war, weil sie erfüllt war. Selbst Uwe und Petra haben jetzt wieder diesen Open-Air-geschulten alternativen Tatsch. Ich bitte Sie, sich ruhig zu verhalten, denn die Walldeck ist kein Rummelblatt. Und ich mache nur noch Quatsch. Ich lebe das Sozialismus! Delirium, 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 Löffelstil. Was später kam? Lindenberg, Wecker, Bapp oder Grönemeyer. Ja, die Weltgeschichte ist doch ein äußerst vielseitiges schöpferisches Spiel. Ohne uns müssten sie immer noch weiter Englisch singen. Mal Folter, mal Frohsinn, mal Frohsinn, mal Folter auf jedem Gebiet. Eigentlich war es so ein bisschen deutsches Woodstock. Und dazu dann, meine Damen und Herren, das passende Lied, ja. Die sollen hier abbrechen und die Arschlöcher sollen hier fest hier machen. Im Zeitzeichen erinnerte Thomas Pfaff an das erste Festival auf Burgwaldeck, das am 15. Mai 1964 begann. Redaktion Hildegard Schulte Zeitzeichen morgen über das Abzahlungsgesetz Zeitzeichen Täglich morgens um viertel vor zehn auf WDR 5 und abends um viertel vor sechs auf WDR 3 und jederzeit hier im Netz WDR 5 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 Vielen Dank.